Die Methodenbibel kombiniert biblische Geschichten mit Bibellesemethoden. Dadurch finden Kinder eigene Zugänge zu den Texten. Und weil es so viele Methoden gibt, kann man ganz individuell auf die eigene Gruppe und auf den jeweiligen Text eingehen. Kreative Erzähltechniken laden dazu ein, dem Text zu begegnen und ihn langsam kennenzulernen. Durch spielerische und gestalterische Zugänge werden die Geschichten erlebbar und die darin handelnden Figuren zum Leben erweckt. Die vielfältigen Diskussionsmethoden animieren dazu, sich mit den Texten auseinanderzusetzen und sie auf den eigenen Alltag zu übertragen. Der Austausch in der Gruppe und das Gespräch über das Gehörte fördern Empathie und Selbstreflexion. Durch das passende Material wird man ermutigt, eigenständig nach Hintergrundinformationen zu suchen und diese dann kreativ anzuwenden. Die Bewegungsspiele eröffnen einen körperlichen Zugang zu den Geschichten. Die Methoden laden euch dazu ein, der Bibel zu begegnen. Ihr könnt den Inhalt wahrnehmen, ihr könnt euch mit den Texten auseinandersetzen und ihr könnt sie in euer eigenes Leben übertragen. Zu jedem Bibeltext stellt das Buch eine Art Dreiklang, also je eine Methode aus den Bereichen begegnen, auseinandersetzen und übertragen vor. Die Vielfalt der Methoden fördert und fordert bei den Kindern ganz unterschiedliche Kompetenzen. Gleichzeitig gibt die Methodenbibel hilfreiche Erklärungen zu den Geschichten an die Hand, die das Verständnis und den Einstieg erleichtern. Die Methodenbibel glänzt durch die einzigartige Kombination aus vielfältigen Methoden, einfacher Umsetzbarkeit und liebevoll gestalteten Zusatzmaterial. Dadurch werdet ihr zur Bibelarbeit mit Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren inspiriert. So wird die Beschäftigung mit biblischen Geschichten in Familie, Gemeinde und Schule zu einem echten Erlebnis.